Was ist das Verdeckte-Vorinterview? Weil, dass jemand zu irgendwas hin möchte und es irgendwelche Merkmale gäbe, an denen er es merken würde und dass irgendwas davon vielleicht schon mal da war, weil sonst würde jemand sein Ziel gar nicht verstehen. Also ich kann gar nicht sagen, was es heißt. Ich möchte X haben, wenn nichts von X jemals da war. Dann kann ich noch nicht mal eine Fantasie von X entwickeln. Wenn man das Interview so führt, ist es nahezu, wie wenn man keins geführt hätte, was uns angeht. Wir haben nur Buchstaben dann, auf die wir Bezug nehmen können. Was wir haben, ist natürlich physiologische Veränderung. Die hat man aber natürlich auch während der Aufstellung, wenn man nicht, also da müsste man sozusagen jetzt noch gezielt vom Klienten wegschauen. Sogar solche Experimente haben wir gemacht und sogar die gingen noch verblüffend gut. Wir haben sogar sowas gemacht, dass wir zum Beispiel dieselbe Person in zwei Räumen eine Aufstellung haben machen lassen und dann aus dem Raum haben gehen lassen und dann geschaut haben, ob in Abwesenheit der Person in den beiden Räumen erstens was ähnliches geschieht und zweitens die Personen draußen dann, wenn sie am Schluss reingehen, die Ergebnisse für sich irgendwie interessant finden. Und selbst da gab es noch, also relativ gute Ergebnisse. Wir haben, also was das andere, dass die Repräsentanten nichts erfahren, das haben wir über Jahre in der Experimentalgruppe immer wieder gemacht, dass die nur mit einem Therapeuten oder Therapeuten ein Vorgespräch geführt haben. Der betreffende Therapeut sie da mitgebracht hat, aber uns nichts davon erzählt hat und was wir noch erfahren haben, damals arbeiteten wir vorwiegend noch mit Strukturaufstellung für Familien. Natürlich haben wir uns erkundigt, wie viele Geschwister es sind, weil wir irgendwie wissen mussten, wie viel man aufstellt. Aber Anliegen, Symptomatik oder sonst was wurde nichts gesagt. Und das Interessante war, dass eben nach unserem Eindruck die Intensität oder Qualität in keiner Weise abnahm. Das, was wir oft gemacht haben, ist, wir haben mit einer rein gesprächsorientierten Form gearbeitet und haben anschließend mit einer Aufstellung gearbeitet und haben einfach verglichen, welche Informationen kommen in der Aufstellung, die bei der Gesprächsform nicht auftauchten. Und das war oft frappierend. Also wir haben zum Beispiel manchmal mit Familien, mit denen Steve de Schaeser gearbeitet hatte und eben Interview geführt hatte und Aufgaben gegeben hatte, wenn die dann einige Wochen diese Aufgaben gemacht hatten und wenn es nach Einschätzung von Insa, das waren meistens Klienten von Insa, für die Familie, nach dem, was die ihr erzählten, noch nicht genügend Fortschritte gab. Dann hat sie natürlich eine Zeit lang noch mit lösungsfokussierten Nachgesprächen weitergearbeitet und hat dann in manchen Fällen dann mit einer Aufstellung gearbeitet. Und es war einfach interessant zu sehen, dass auch viele Vorgespräche von wirklich erfahrenen Leuten wie dem Steve selber bestimmte Dinge einfach nicht berührt haben und in der Aufstellung sie dann berührt wurden. Und darum, das war aber eine der Wurzeln, warum wir den Eindruck hatten, dass sich lösungsfokussierte Gesprächsführung und Aufstellung manchmal wirklich sehr gut ergänzen. Und natürlich reicht manchmal einfach nur ein lösungsfokussiertes Gespräch zu machen. Darum sagen wir ja auch, wir sind ja jetzt nicht aufstellungssüchtig. Ich mache gerne Aufstellungen, aber wenn ich ein paar Monate keine mache, ist es nicht so, dass ich Mangel leide. Sagen wir mal, gut, wenn ich nicht daran denken dürfte, wenn ich nicht daran denken dürfte, dann wäre es schwierig, einfach darum, weil fast alle Abläufe im Alltag für mich jetzt Analogien zu dieser Sprache haben. Aber das würde eher heißen, ich habe den Eindruck, ich würde es sehr entbehren, wenn ich keinen Zugang zur Sprache hätte. Und das würde bei mir nicht untersucht laufen. Also es wäre in dem Sinne aber eine Art von Experiment, die ihr, wenn ihr selber mit Aufstellung arbeitet, ja relativ leicht machen könnt mit Gruppen von Kollegen. Und das heißt einfach mal, eine Gruppe von Kollegen bitten, dass sie draußen warten und ein Klient beschließt dann, welche Teile er aufstellt, stellt nur eine Liste von Bezeichnungen, Buchstaben oder sonst was auf. Dann kommen die Betreffenden rein und werden der Reihe nach als ABCDEFG aufgestellt und so weiter. Das ist ja nicht sehr aufwendig. Und wir haben viele von diesen Sachen zunächst in so einer Art vorsystematischen Experimentform gemacht und dabei ganz viel gelernt. Und das sind Experimente, wo es nach diesem Prinzip, dass es kein Institut für theoretische Apfelkunde gibt, ist es da wirklich ganz gut, in diese Äpfel selber reingebissen zu haben. Man könnte es so sagen, die Art und Weise, wie jemand nach einer Einsicht weitermacht. Da gibt es einfach Leute, die wirklich im Wesentlichen die Einsicht haben und dann machen es zwei Jahre selber was und dann fragen es mal wieder. Und da ich ja so viel auf Reisen bin, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, ist nicht die Chance, dass man jetzt so ein wöchentliches Setting hat, es sei denn, es fliegt jemand hinterher oder so. Weil ich bin ja dann sozusagen in den nächsten Wochen normalerweise am anderen Ort. Also es ist klar, dass ich nur mit einem Setting arbeiten kann, wo jemand dann, wenn er Glück hat, drei Monate später vielleicht wieder einen Termin hat. Und also funktionieren für meine Lebensform im Moment nur solche Settings. Und das heißt aber auch, dass Klienten, die eine regelmäßigere Begleitung brauchen, die können das dann nur so machen, dass sie eben mit jemandem das machen und derjenige dann mit mir kooperiert und ich dann mal so eine einmalende Intervention mache. Und die Betreffenden sich dann weiter begleiten lassen. Nur die Tätigkeit der Begleitung und die Tätigkeit der Umstellung in einer spezifischen zentralen Einsicht sind einfach auch verschiedene Tätigkeiten. Und so wie es jetzt im Moment mit der sozusagen Bezahlung von Leistungen aussieht, muss etwas unter dem Aspekt der Veränderung bezahlt werden, was vielleicht manchmal unter dem Aspekt der Begleitung erfolgt. Und dann ist so ein Begriff wie Coaching enthält viel eher die Idee der Begleitung. Da ist es sozusagen dann legitimer, dass jemand in dem Prozess, wo er sich selbst ändert und an sich selbst arbeitet, begleitet wird. Das passt aber mindestens zu der gängigen Vorstellung von Therapie weniger. Und ich denke, da gibt es wirklich zum Teil Probleme mit der Art, wie man was bezeichnet. Und noch problematischer ist es natürlich, wenn dann eine Therapie in Kontakt oder ein Freundschaftsersatz wird für einen sehr einsamen Menschen, wo das nahezu der einzige Kontakt ist. Und dann weiß man nur, dass was ganz anderes im sozialen System versagt hat. Und das ist natürlich noch problematischer, dass dann der Betreffende sich sozusagen als krank erklären muss, um etwas vollkommen Natürliches, wie zum Beispiel menschlichen Kontakt, auf einer minimalen Basis zu bekommen. Und das ist alles. Vielen Dank.